sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die kunst arm zu werden von ludwig speidel als mein alter kanarienvogel kurz vor weihnachten wieder zu singen begann dachte ich bei mir selbst das muß doch eine fröhliche zeit sein wenn selbst dieser betagte herr kaum einer gründlichen mause entgangen sich ein neues goldenes gefieder wachsen läßt und in die stube hinein schmettert daß einem die vier wände fast zu eng werden und als ich ihm vollends ein duftiges tannenreis in den käfig steckte da sang er immer heftiger wobei er auf der hölzernen sprosse langsam tanzte und seinen blassgelben federwisch wie trillant bewegte nach diesem vogel zu schließen sieht es in der welt unendlich heiter aus freilich er hat seinen hanfsamen sein frisches wasser sein stückchen zucker und somit seine glückseligen feiertage aber für uns menschen wenigstens für die mehrheit ist er kein verkünder gegenwärtigen glückes höchstens ein prophet der zukunft denn wenn man den leuten durch das fenster schaut nicht aus schnöder neugier sondern aus teilnahme wird man leicht gewahr daß die weihnachtsfreude nicht aus dem vollen schöpft es fehlen ästern den tannenbäumen und die vorhandenen sind nicht so schwer behängt wie sonst die wachslichter scheinen nicht so lustig wie ehemals zu flimmern und ihr qualm legt sich wie beengend und beängstigend auf die brust hinter dem lächeln der erwachsenen lauert die sorge und selbst die kinder streifen mit scheuem blick die gaben des festes umfragend in die augen der alten zu schauen braucht man erst noch zu sagen woher diese bängliche stimmung kommt man kennt die alte sage wie das gold sich in kohle verwandelt die sage ist zur wirklichkeit geworden daher der kummer in feuerfestem verschluss sind die meisten werte über nacht verkohlt und verbrannt und als man morgens öffnete fand sich nur noch ein häuflein staub vor der vor dem ersten hauch in die lüfte flog seit jenem augenblick hängt es wie eine aschenwolke über diesem lande und in diesem trüben aussichtslosen dunstkreis will das volk fast verzagen mit verschränkten armen steht die staatsweisheit da und scheint über dieses trauerspiel zu lächeln sie gibt sich die mine eines unschuldigen kindleins und verlässt ihre bequeme stellung nur um mit ausgestricktem finger auf die schuldigen zu deuten man spricht von einzelnen schuldigen häuptern wenn die beredtsame predigerin not laut um hilfe ruft man weist eine über den dilettantismus hinausgehende ausgiebige staatshilfe als ein sozialistisches mittel zurück während doch handel und wandel des ganzen volkes da nieder liegt was ist denn der staat wenn nicht die gemeinsamkeit des volkes und wenn der staat dem notleidenden volke beispringt wem hilft er denn als sich selbst ich überlasse die praktische beantwortung dieser frage der zukunft indem ich zur linderung der not oder doch wenigstens zur milderung der pessimistischen anschauungen ein hilfsmittel mehr moralischer als politischer art empfehlen möchte dieses hilfsmittel ist die kunst arm zu werden arm sein ist keine kunst man ist es eben wie man blond ist oder braun aber arm werden oder vielmehr ärmer werden sich mit einer art genuß von der höhe des wohlstandes herabgleiten lassen indem man das werk der nothwendigkeit in einen freien entschluß verwandelt das ist eine kunst welche nur die wenigsten verstehen ich habe es als ein mittel gegen die seekrankheit erprobt die bewegungen des schiffes mitzumachen als ob es die eigenen wären so auch bei einem empfindlichen glückswechsel man muss sich nicht gegen den rhythmus einer solchen veränderung stemmen sondern ihm willig folgen um dieses zu können dazu gehört freilich einiges aber nicht gar zu viel man muß das talent besitzen die dinge mehr auf ihren inneren wert als auf ihren preis anzusehen wer die welt mit so hellen augen betrachtet wird erfahren daß er bei vielen ja bei den meisten einkäufen noch geld übrig behält man kann kleines kapital innerlich potenzieren es fruchtbarer machen indem man billigen sachen einen affektionswert beilegt dazu braucht man einige fantasie des herzens und jenen idealisierenden blick der nicht etwa übertreibt sondern nur durch die schale den kern sieht wenn ich meine seele in das geringste ding hinein lege so kann ich seinen wert hundert und tausendfach steigern das ist das geheimnis der liebe ich habe wälder und felder von unabsehbarer ausdehnung verloren aber mein hausgärtchen ist mir geblieben mit seinem lindenbaum und seinen rosenhecken und seinen salat beten ich übersehe es leichter ich kann es lieben weil ich es umfassen kann ja ich habe mein hausgärtchen verloren aber was hindert mich daran den beglückten kleinen großgrundbesitzer zu spielen wenn ich die blumen vor meinem fenster begieße ein verschwundenes glück läßt immer ein anderes nach vielleicht kleiner als das vorige aber nur klein und lieb wie die kinder und diese perspektive des verkleinerten aber nicht verminderten glückes ist unendlich der moralische zug unserer zeit bewegt sich freilich nicht in der richtung dieser bescheidenheit und selbstbescheidung das letzte jahrzehnt hat eine verderbliche krankheit ausgebrütet welche die gemüter auszudornen und jede sittliche kraft zu lähmen drohte es ist die krankhafte neigung um jeden preismillionär werden zu wollen das vergnügen beginnt erst bei der zweiten millionen konnte man wie oft sagen hören während doch nach vielfacher erfahrung die zweite million die geborene feindin der ersten ist aber man mußte nicht nur eine million man mußte millionen haben um auch die sprösslinge des millionärs zu millionären machen zu können die kinder so reich wie möglich in die welt zu entlassen das war fast der einzige erziehungsgrundsatz als ich nach der bekannten krisis mit einer dame sprach deren vermögen einige einbuße erlitten zeigte sie sich um ihrer kinder willen ganz aufgelöst und ungetröst wo ich gehe und stehe sagte sie im wachen und schlafen ist es mir als hörte ich meine kleine marie bitterlich weinen die arme marie sie wird sich schlimmstenfalls nur mit einer halben million behelfen müssen aber so tief steckte die millionärkrankheit den leuten in den gliedern daß es sie unglücklich machte ihre nachkommen nicht als millionäre durch die zukunft schreiten zu sehen für den unsiegen der millionen hatten sie keine augen wie sie zu blindem genuß trieb alle dinge dieser welt nach dem preiskurant taxierte die familienbande lockerte davon wollte man nichts sehen die größten verwüstungen geschahen auf dem felde der liebe was allgemein begafft und bewundert wurde eine schauspielerin eine sängerin eine tänzerin das mußte der mann mit der gespickten tasche sein eigen nennen nach den reizen die alle welt kennt stand sein sinn von dem glück ein weib einen schatz zu besitzen dessen reize mein und nur mein heiliges geheimnis sind hat er keine ahnung und doch wenn man den goldigen schmetterling etwas näher betrachtete besaß er denn in den meisten fällen das leibliche und geistige vermögen um auch nur ein weibliches wesen in seiner natürlichen und gemütlichen tiefe und fülle von grund aus zu erkennen daß solche widerliche erscheinungen vermindert worden kann man als einen segen der krisis preisen die kunst arm zu werden ist an den soeben geschilderten leuten verloren ich denke mir als zöglinge dieser kunst ernstere feinfühligere bessere naturen welche begreifen daß im reichtum etwas wie eine schuld liegt und daß der verlust des überflüssigen eine sühne für das noch erhaltene bildet man muss sich auf kleineren und reineren fuß einrichten und den verlorenen äußeren glanz durch herzensklugheit und einige kunstgriffe des gemüts zu ersetzen suchen und dann bleibt hier noch die arbeit dieses heroische mittel die sorge zu vergessen und sie in ihren wurzeln zu zerstören und soll eigentum durchaus diebstahl sein so wollen wir es mehren durch redliche arbeit und da bei uns denken ehrlich stiehlt am längsten während ich aber so weise rede hebt mein kanarienvogel wieder zu singen an er läßt sich sein recht nicht nehmen fröhlich zu sein und wie er die lichter auf dem weihnachtsbaum aufblitzen sieht meint er es werde tag und jubiliert wie eine lerche am ende hat dieser gute dumme vogel doch recht wir sollen das notwendige mit anmut tragend uns freuen an diesem festabend der kleinen und großen kinder wir sollen uns schon um der lieben frauen willen zusammen nehmen und die sorge auf morgen vertagen es ist ja nicht der letzte weihnachtsabend auf dieser welt auch wir erleben bald wieder einen wo wir singen und jubeln werden am 25. dezember 1874 ende von die kunst arm zu werden gelesen von ramona deiniger schnabel www.growings.com 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 www.growings.com